Ich bin Volkmar Spielberger und bin Müller und Bio-Lebensmittelhersteller, sozusagen persönlich, seit ich auf dieser Welt bin. Unser Unternehmen macht seit 60 Jahren Bio und damit natürlich Demeter, weil das die älteste Tradition hat. Und wir sind als Verarbeiter überzeugt, dass wir von dem, was uns bewegt, nämlich gesellschaftliche Werte, mit unserer Arbeit zu verbinden, dass wir dafür wieder stärker eintreten müssen. Und ich bin überzeugt, dass wir, wenn wir bäuerliche Landwirtschaft wollen und damit wirklich eine zukunftsfähige Ernährung auf der landwirtschaftlichen Ebene, dann brauchen wir handwerkliche Verarbeitung und, das ist eine Passion von mir, dann brauchen wir auch einen entsprechenden Handel. Und für uns ist das der Fachhandel, weil wir nur dort diese Werte gemeinsam entwickeln und weiterbringen können. Dafür stehen wir, darauf haben wir uns committed mit einem exklusiven Vertrieb unserer Marken Spielbergermühle und Burgermühle an den Fachhandel. Und ich denke, Ideen haben wir genug. Und ich kann immer nur wieder sagen, wir sollten uns darauf besinnen, wofür wir angetreten sind und wofür wir heute vor allen Dingen stehen. Das ist nicht nur Bio, sondern das ist mehr. Das ist heute politische Statements. Und das sind klare gesellschaftliche Werte, die heute auch die Millennials inzwischen seit Nachfragen wieder. Also die nächste Generation bringt diese Frage wieder mit sich. Und dafür sollten wir uns heute klar werden. Und die Frage, was uns zusammenbringt, da haben wir alle lange Geschichten. Wir haben 1976 die Naturata als Genossenschaft gegründet, woraus die Regionalhändler entstanden sind. Wir haben verschiedene Regionalhandelsgenossenschaften auch beerdigt, wie das grüne Netz in Essen und ähnliches. Also von daher, glaube ich, hat die Branche genug Erfahrung, wie man solche Dinge machen kann. Die Frage ist, ob die Lernkurve ausreicht, damit wir in die Zukunft kommen.